Mal angenommen, es gäbe ein Wettbewerb. Welches ist das wichtigste von den rund acht Milliarden Videos auf YouTube? Worum müsste es da gehen? Es müsste um Politik gehen. Es müsste etwas wirklich Wichtiges sein, wichtiger als alles andere. Wichtig wie zum Beispiel die Frage, was ist die größte Gefahr für unsere Gesellschaft weltweit und was kann man dagegen tun? Genau darum geht es hier. Aufmerksame Beobachter haben bemerkt, dass die Politik 2020 völlig überreagiert oder völlig irrational reagiert. Die Frage ist, warum ist das so? Greifen wir mal drei Beispiele raus, zum Beispiel die Übersterblichkeit, die es nicht gibt, wie wir hier sehen bei CIDM.online. Abgesehen von der winterlichen, üblichen Grippewelle und sommerlichen Hitzewellen gibt es keine Übersterblichkeit und das deckt sich auch mit dem, was in den letzten Jahren war. Also nichts Besonderes. Dann müsste es ja, wenn es allgemein gefährlich ist, tatsächlich einen niedrigeren Altersdurchschnitt der Opfer geben, gibt es auch nicht. Der Altersdurchschnitt der Toten ist der gleiche wie bisher. Das heißt, es sind genau die gleichen gestorben, die ohnehin gestorben wären. Und schließlich, man müsste ja im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung mal sehen, dass da irgendwas passiert. Und wie man sieht, sieht man gar nichts. Also eine Pandemie sieht anders aus. Dann fragt man sich, was ist hier eigentlich los? Was steckt dahinter? Dann heißen schnell Verschwörungstheorien, wenn man einfach nur mal versucht nachzudenken, was kann die Ursache sein? Da gibt es zum Beispiel Hanlon's Razor, Hanlon's Rasiermesser. Das ist ein Spruch von Robert Hanline, der sagt, geh nicht von Böswilligkeit aus, wenn Dummheit genügt. Kann natürlich sein, dass die Politiker zum Teil oder komplett verblödet sind, aber das glaube ich eher nicht. Wahrscheinlich gilt eher Ockhams Rasiermesser und der besagt, von mehreren möglichen Erklärungen ist die einfachste, auch die wahrscheinlichste. Und was ist die einfachste Erklärung? Cui bono. Wieder der nächste Spruch. Wem zum Vorteil? Wer profitiert davon? Wenn Entscheidungen überhaupt keinen Sinn machen, dann ist immer die Frage, oder wenn man etwas nicht nachweisen, nicht beweisen kann, dann guckt man immer, wer profitiert denn von diesen seltsamen Entscheidungen? Ja, mal überlegen. Also die Bevölkerung wird viel mehr kontrolliert, ist auch bereit dazu, sich kontrollieren zu lassen. Die Umfragen steigen für Politiker. Ja, wer profitiert? Die Frage beantwortet sich selbst. Der geschätzte Norbert Hering vom Handelsblatt schreibt auf seiner Webseite, was Klaus Schwab, der Gründer des Weltwirtschaftsforums, gesagt hat. Und zwar ist das Weltwirtschaftsforum das jährliche Treffen der absoluten Machtelite des Planeten. Da treffen sich Milliardäre, die Regierungschefs aus aller Welt, nicht immer alle, aber da waren der chinesische Staatschef, Trump war da, Macron, Merkel, also da fehlt wirklich keiner vom Hussuhe der Politik. Und die Chefs der Großkonzerne, die treffen sich da und dann kann man davon ausgehen, da wird wirklich Politik gemacht auf Weltebene. Und Klaus Schwab, der Präsident dieses Forums, sagt, viele von uns fragen sich, wann wir wieder zur Normalität zurückkehren. Die kurze Antwort ist, nie. Im Kern läuft es darauf hinaus, dass es die Welt, wie wir sie früher hatten, nicht mehr gibt. Nun geben sich viele der Illusion hin, das Versprechen der Bundesregierung oder aller Regierungen in der Welt würde stimmen, wenn es einen Impfstoff gäbe, dann wäre wieder Normalität. Aber das wird nicht passieren. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Impfungen schützen nicht. Die schützen zu einem Bruchteil, die haben aber das Problem, dass die Viren ständig mutieren. Dann muss man erst mal dem Virus vom letzten Jahr einen Impfstoff entgegensetzen und der ist natürlich veraltet. Also bis der auf dem Markt ist, sind schon wieder neue Mutationen auf dem Markt. Und deshalb liegt zum Beispiel bei der Influenza, der Grippe, der Wirkungsgrad bei 10%. Mehr ist das nicht. Also wenn ich 100 Leute impfe, dann sind 10 davon geschützt. Das muss man sich mal vorstellen. Gäbe es einen Impfschutz, dann wären die ganzen Krankheiten ja ausgerottet. Da sie aber trotz Impfungen nicht auszurotten sind, ist ja bewiesen, dass man sich damit nicht schützen kann. Das gleiche gilt jetzt auch für die C-Krankheit. Bei all dieser Machtanhäufung, bei all dieser Zensur und bei all diesen geradezu faschistischen Maßnahmen, dazu kommen wir gleich mal, stellt sich die Frage, wie immun ist eigentlich das Volk gegen den Faschismus? Und diese Frage stellt sich in Australien genauso wie in jedem europäischen Land, wie in den USA, wie in Brasilien, wie in Südafrika, überall auf der ganzen Welt. Und gerade wir in Deutschland wurden in der Schule ja geprägt von vielen antifaschistischen Werken, zum Beispiel Die Welle, Roman oder Film, wo es zum Beispiel in einer Klasse dann darum ging, wie war es eigentlich möglich, dass es den Holocaust gab? Wie konnte man sowas tun? Wie fanden sich Menschen, die da bereit waren mitzumachen? Wie fanden sich KZ-Wächter? Was war das hier für ein Führerkult und, und, und? Dann hat der Lehrer einen Versuch gemacht und hat dann praktisch so einen Kult kreiert und die haben alle bereitwillig mitgemacht, ohne zu verstehen, was eigentlich los ist. Und am Ende hat er also dann mal den Vorhang fallen lassen und alle waren panisch berührt. Aha, jetzt haben wir was gelernt. Was ist hier in Deutschland passiert mit den Schülern, die das gelesen haben? Nichts haben die allermeisten gelernt. Das gleiche zum Beispiel bei Heinrich Manns, der Untertan, einem totalen Opportunisten. Und was haben wir jetzt? Lauter Opportunisten. Dann haben wir den Hauptmann von Köpenick entweder gesehen, Film mit Heinz Rühmann oder das Buch gelesen oder beides. Und was stellen wir fest? Die meisten Leute haben auch das nicht verstanden. Die haben das nicht verinnerlicht. Beim Hauptmann von Köpenick ging es um einen Schuster, der ausgegrenzt war aus der Gesellschaft, brauchte dringend Papiere und hat sich dann eine alte Uniform genommen und hat so getan, als wäre ein Hauptmann. Und alle sind auf diese Uniform reingefallen. Heute sind die Uniformen oder diese, sagen wir mal, Ausweise von Autorität, Professorentitel oder wenn irgendwo das Logo von der Tagesschau oder von heute oder irgendwelchen Massenmedien kommt. Und alle fallen auf alles rein, was von Massenmedien kommt oder wenn Professor unten drunter steht unter dem Statement. Es sei denn, es sind Professoren, die nicht die Meinung der Regierung wiedergeben und das kritisieren. Die werden dann persönlich besudelt. Also aus dem Hauptmann von Köpenick haben die meisten nichts gelernt. Was wir haben, das ist jetzt mal die Frage, was haben wir hier eigentlich? Ist das Faschismus? Es ist jedenfalls nicht der Faschismus, vor dem gewarnt wurde, wo irgendwelche herumbrüllenden Herrschaften in Reiterstiefeln und Pluderhosen den rechten Arm ausgestreckt haben und leicht erkennbar waren. Wir haben einen, also hier stimmt auch Wikipedia übrigens nicht mehr, das ist alles der veraltete Faschismus. Was haben wir denn heute? Schauen wir uns mal an, was ein moderner Faschismus ist, ein zeitgemäßer Faschismus. Wie würde der aussehen? Jetzt stelle sich mal jeder die Frage, bei welchem dieser Punkte kann man ein Häkchen machen? In Deutschland, in Australien, in den USA, in England, in Frankreich, in Italien, überall. In China sowieso. Grundlage des Faschismus, deshalb ist das hier mal der erste Punkt, ist immer der Totalitarismus. Das heißt, es gibt nur eine Meinung bzw. Ideologie und das ist die der Regierung. Das gilt sowohl für links als auch für rechts. Im Faschismus gibt es keine Gewaltenteilung. Das heißt also, das Parlament, wenn es überhaupt eins gibt, nickt lediglich Entscheidungen der Regierung ab oder des Machthabers. Das haben wir hier in Deutschland durch den Fraktionszwang, den verfassungswidrigen Fraktionszwang, den alle ganz normal finden in den Medien. Die Justiz ist weisungsgebunden. In Deutschland sind die Staatsanwaltschaften weisungsgebunden. Wenn Politiker, also Justizminister sagen, gegen den ermittelst du nicht, dann passiert das auch nicht. Und wenn die sagen, gegen den ermittelst du, dann passiert das. Wichtige Richterstellen werden von den Regierungsparteien besetzt. Haben wir auch. Gerade bei den wichtigen Gerichten wie dem Bundesverfassungsgericht, Bundesgerichtshof und so weiter. Das geht alles nach Parteibuch und wird von den Regierungsparteien ausgewählt. Eine Gleichschaltung bzw. Selbstgleichschaltung von Medien haben wir in Deutschland. Gleichschaltung von Bildung zum Beispiel durch Schulbücher und Unterrichtsinhalte, die keine Alternativen zulassen, die alle immer nur ein Narrativ erzählen. Haben wir. Gleichschaltung der Wissenschaft. Die Wissenschaft ist korrumpiert durch die Drittmittelwerbung. Das heißt, sie sind finanziell abhängig davon, dass sie Sponsoren haben. Und wenn sie dann von Behörden oder öffentlichen Auftraggebern von der Regierung abhängen, dann sagen die natürlich, wes Brot ich esse, das Lied ich singe. Also ist die Wissenschaft auch ein Teil des Kurses in der gesamten Propaganda der Regierung. Ein wesentlicher Punkt ist auch das Fehlen von Grundrechten wie Versammlungsfreiheit und Meinungsfreiheit. Können wir auch ein Häkchen machen in Deutschland und in praktisch allen Ländern der Welt. Ausgrenzung, Diffamierung und Einschüchterung Andersdenkender haben wir. Zensur, Bücherverbrennung bzw. digitale Bücherverbrennung, Löschung und Sperrungen, Verschweigen von Erfolgsbüchern, die dann in den Bestsellerlisten nicht genannt werden oder die nicht mehr verkäuflich sind, die von Buchmessen ausgegrenzt werden und und und. Da sei jetzt auch mal in dem Zusammenhang der Appell für freie Debattenräume erwähnt. Das gehört auch in den Kontext. Da werden also Künstler von den Veranstaltern ausgeladen, wenn sie irgendwas gesagt haben, was mal zu kritisieren wäre. Karikaturisten werden zensiert. Demonstrationen werden pauschal verboten. Die Bücher von Schriftstellern, die kritisch sind, werden aus dem Sortiment genommen. Whistleblower werden eingesperrt. Opern- und Theateraufführungen werden abgesagt. Seminare, Vorlesungen, die stattfinden können, werden einfach gestört von den faschistischen Gegnern. Verlage werden gedrängt, bestimmte Bücher nicht herauszubringen und und und. Denunziationen werden von Regierungen gefördert, von Bürgern genutzt. Hier haben wir ein Beispiel der Stadt Essen. Mit Portalen, wo man jeden anschwärzen kann, auch anonym. Das ist wie im Dritten Reich oder in der DDR. Wenn man sich also fragt, wo wäre ich gewesen, wenn ich in der DDR gelebt hätte oder im Dritten Reich, kriegt man hier die Antworten drauf. Andersdenkende werden finanziell und beruflich vernichtet. Denken wir an Professoren, denen die Professur abgenommen wurde, die zwar unkündbar sind, weil sie Beamte sind, aber die ausgebotet werden. Denken wir an Unis, die sich distanzieren von kritischen Professoren. Nach der Devise der Bestrafe ein, ziehe tausend. Zum Faschismus gehören grotesk überzogene Strafen und die Nötigung zum Gehorsam. Feindbilder und Gefahren werden instrumentalisiert. Haben wir auch jetzt gerade mit dieser C-Krise. Physische und psychische Gewalt gegen Gegner. Denken wir zum Beispiel mal an die Gewalt der Polizisten gegen friedliche Demonstranten in fast allen Ländern der Welt. Eine Kultur der Angst um Job, Ruf und Einkommen, kulturstiftende Mythen und Symbole, irrationale Verbote und Vorschriften und nicht zuletzt einer der wichtigsten Punkte, Mitläufer stützen das Regime aufgrund von Desinteresse, Faulheit und natürlich Angst. All das kann man überall oder fast überall auf der Welt beobachten. Vielleicht weniger in Schweden und Island, aber in fast allen Ländern. Sei das jetzt die Schweiz, sei das Österreich, Deutschland, USA, Frankreich, Italien, Japan, Australien, China, Brasilien, überall. Was man auch beobachten kann, ist, dass George Orwell, als er 1948 das Buch 1984, also 1984 geschrieben hat, schon ein Visionär war und hätte George Orwell gewusst, welche technischen Möglichkeiten heutzutage möglich sind, dann wäre das Buch noch viel düsterer ausgefallen. Ja, Distanz ist Liebe, Ignoranz ist Bildung, Unterwerfung ist Freiheit, Denunziierung ist Fürsorge, Masken ermöglichen Normalität, ein Zitat eines deutschen Ministerpräsidenten. Überwachung schützt vor Gefahren, Meinungsvielfalt stört die Harmonie. Regeln dürfen niemals hinterfragt werden, auch das Zitat eines Protagonisten dieser Krise. Ja, was wir hier haben, ist im Grunde genommen ein großes Milgram-Experiment und zwar läuft das mit der gesamten Weltbevölkerung. Beim Milgram-Experiment hat der Psychologe Stanley Milgram in den 60er-Jahren mal versucht herauszufinden, wie konnte es sein, dass im Dritten Reich die Mittäter so wahnsinnig brutal waren, dass die alle Befehle befolgt haben. Man hat festgestellt bei diesen Experimenten, dass überall auf der Welt, also nicht nur in Deutschland, auch in den USA und in anderen Ländern, überall sehr, sehr viele Leute bereit waren mitzumachen. Also wie die KZ-Wächter rekrutiert wurden, das ließ sich in jedem Land zu jeder Zeit beobachten. Ein weiteres Experiment in diesem Zusammenhang, das gerade weltweit läuft, das ist das Ash-Experiment. Ash hat folgenden Versuchsaufbau gehabt. Er hat zwei Blätter mit Linien. Auf einem ist eine Linie mit einer gewissen Länge, auf dem anderen sind drei Linien mit unterschiedlichen Längen und eine der drei Linien ist so lang wie die Linie auf dem ersten Blatt. Einfache Sache. So, jetzt gab es also eine Versuchsperson und die anderen waren Schauspieler. Die Schauspieler haben erst mal bei solchen Aufgaben immer wieder richtige Antworten gegeben. Dann war erst mal die Glaubwürdigkeit hergestellt und dann haben sie gesagt, so, jetzt geben wir alle zusammen die gleiche falsche Antwort und was beobachtet werden konnte, ist, dass viele von denen, die getestet wurden, eingeknickt sind. Die haben sich der Mehrheitsmeinung angepasst, obwohl sie doch mit eigenen Augen gesehen haben, dass das nicht stimmt. Die haben also einer Mehrheitsmeinung mehr Priorität geschenkt als ihren eigenen Augen. Das muss man sich mal vorstellen. Und das läuft hier gerade überall ab. Ja, wo geht es eigentlich hin? Was ist das Ziel? Faschismus? Da können wir also sagen, da sind wir ziemlich weit drin. Natürlich nicht mit dem von 33 bis 45 vergleichbar, aber vom Prinzip her sehr ähnlich. In welche Richtung geht das eigentlich? Jetzt haben Regierungen in aller Welt festgestellt, wow, das, was hier in China abläuft, dieses sogenannte Social Credit System, damit kriegt man ja die Bevölkerung total unter Kontrolle. Das hätten wir aber auch gerne. Ist aber nicht so einfach durchsetzbar. Und das geht jetzt mit dieser Krise. Und das Handelsblatt hat hier zum Beispiel schon vor zwei Jahren geschrieben, auch Deutschland treibt immer mehr in dieses System. Wir werden gleich mal sehen, was das eigentlich ist. Da seien also erstmal diese Handelsblattartikel, den verlinken wir in der Beschreibung. Und dieser Artikel von Netzpiloten, auch ganz hervorragend empfohlen. In diesem Artikel übrigens sein YouTube-Video unbedingt anschauen, sofern man Englisch versteht. Also wirklich sehr erhellend. Ja, wie funktioniert das Ganze? Im Grunde genommen gibt es erstmal eine totale Überwachung. Und bei allem, was dann der Staat feststellt, gibt es dann Strafen oder auch Belohnungen, je nachdem, wie man sich verhält. Ja, da ist also die Frage, was wird bestraft und wie wird das bestraft? Aber nehmen wir erstmal die Überwachung. Wir haben also dieses berühmte Big Data. Überwacht wird die komplette Telekommunikation. Alle Datenübertragung, alles, was jemand mit einem Computer oder Smartphone macht, alles. Die Bewegungsdaten werden gespeichert. Wann, war, wer, wo. Wie lange, wen hat er getroffen? Die automatische Gesichtserkennung mit engmaschigem Kameranetz ist in China sehr weit fortgeschritten. In den amerikanischen Großstädten auch, in den britischen Großstädten auch. Und das wird immer weiter zunehmen. Es wird immer mehr Kameras, immer mehr Überwachung mit Gesichtserkennung geben, sodass man sich unerkannt überhaupt nicht mehr bewegen kann. Das gleiche gilt auch für Mautbrücken zum Beispiel, bei denen dann Kameras die Fahrer werden identifizieren können. Also sich unbemerkt irgendwo hinbewegen ist gar nicht mehr möglich. Abgesehen davon gibt es natürlich auch die finanzielle Überwachung. Man sieht also Stichwort geplante Bargeldabschaffung. Wer gibt wann, wofür, an wen Geld aus? Strafen. Wer sich also nicht konform verhält zu den Wünschen der Regierung, der hat keinen Zugang mehr zu vielen Jobs. Es gibt ein Verbot von Zug- und Flugreisen. China fängt gerade erst an. Die haben im letzten Jahr 17,5 Millionen Flugreisen und ich glaube 5,5 oder 4,5 Millionen Zugreisen verboten. Beziehungsweise rund 22 Millionen Menschen das Reisen verboten. Und das ist erst der Anfang. In China gibt es einen öffentlichen Pranger, sogenanntes Public Shaming. Das heißt, da werden Plakate in Nachbarschaft aufgestellt, im Fernsehen und in sozialen Medien laufen Kampagnen. Guck dir den an hier, Hugo Huckeduster. Welch böser Mensch ist bei Rot über die Ampel gegangen und hat seine Eltern nicht oft genug besucht? Oder noch Schlimmeres gemacht, wie zum Beispiel mal schwarz gefahren. Das Internet wird für die Betroffenen gesperrt. Das Telefon wird gesperrt. Das gilt ja nicht nur für Bürger, das gilt auch für Unternehmen. Man wird also zum Beispiel, wenn man ein schlechtes Rating hat, als Lieferant gestrichen. Man kommt auf schwarze Listen und niemand darf mir etwas bei dir kaufen. Das heißt, du bist wirtschaftlich vernichtet. Du musst höhere Steuern zahlen und du kriegst natürlich auch keinen Zugang zu Krediten. Jetzt ist mal die Frage, was wird denn eigentlich bestraft? Kritik an der Regierung. Ja, wenig überraschend. Man muss sich das mal vorstellen. Freundschaften mit Menschen, die einen niedrigen Creditscore haben, die ziehen deinen eigenen Score runter. Das wird viele Menschen dazu bringen, zu sagen, ich musste leider die Freundschaft kündigen oder kontaktiere mich nicht mehr. Ich kenne dich nicht mehr, denn das schadet mir. Alleine die Freundschaft schadet anderen Menschen. Das Streuen von Gerüchten, alias seine Meinung kundtun oder von Fakten berichten, die der Regierung nicht passen. Selbst der Aufruf unerwünschter Webseiten reicht schon, um abgestraft zu werden. Oder der Kauf unerwünschter Produkte. Straftaten und Vergehen für keine Bußgelder sowieso. Schulden können zu Strafen führen. Unbezahlte Rechnungen. Oder der Hund ist nicht angeleint. Die Eltern wurden nicht oft genug besucht. Da fragt man sich, wie kann der Staat denn feststellen, wie oft die Eltern besucht werden? Da müssen also entweder die Eltern die Kinder anschwärzen oder wie soll man das denn feststellen, wenn es keine äußerst engmaschige Überwachung gibt? Kultische Tätigkeiten, sprich unerlaubte Religionen, werden bestraft. Und beliebig viel. Also der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Dieses System ist der pure Albtraum. Und in diese Richtung gehen wir. Öffentlicher Pranger, das fänden viele Leute gut. Da haben wir mittlerweile nach den Erfahrungen des Jahres 2020. Kein Zweifel mehr. Die Leute würden das lieben. Oder hier haben wir den Fall von einem Mann, der hat sich geweigert, Platz zu machen im Zug. Jemand anders hatte einen reservierten Sitzplatz. Er saß auf dem Platz. Und da waren also viele dafür noch viel härtere Strafen, als das derzeitige Reiseverbot auszupacken. Kameraüberwachung wird drastisch zunehmen. Und dabei stimmen viele zu und vergessen die Erkenntnis von Benjamin Franklin. Wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, der wird am Ende beides verlieren. Nun haben wir alle festgestellt, dass die Demos in der Politik niemanden beeindruckt haben. Aber was das gebracht hat, ist, wir haben gesehen, wir sind verdammt viele. Und wenn wir uns alle zusammentun, dann können wir wirklich was erreichen. Das setzt voraus, dass wir alle in einem Strang ziehen, dass wir uns nicht wieder zersplittern. Was kann man nun tun, wenn man zur Widerstandsbewegung gehört und ein bisschen Reichweite hat? Man kann diese Partei einfach mal erwähnen. Man kann über uns berichten. Ladet uns zu Gesprächen ein. Es gibt so viele Videos von Samuel Eckert, Gunnar Kaiser, Milena Preradovic, Kai Stuth, Kai Brenner, Dave Brüch und so weiter, die danach schreien, dass mal was passiert. Aber was kann man tun? Das Einzige, was man wirklich tun kann, ist, nächstes Jahr im September sein Kreuzchen machen bei der Partei, die den ganzen Wahnsinn beenden kann. Im nächsten Video werden wir mal sehen, wie die Chancen sind. Wenn man also mal sieht, wie viel braucht man, um die 5%-Hürde zu knacken. Und zweitens, ist da noch mehr drin, als die 5%-Hürde? Und die Antwort ist ja, da ist viel mehr drin. Darauf kommen wir im nächsten Video zurück. Also, liebe Leute, sprecht mit uns, lernt uns kennen, erwähnt uns. Und dann kann diese Krise Geschichte sein. Und wenn das nicht passiert, wenn keine Partei gegen diesen Wahnsinn ins Rennen geht, dann werden wir in den nächsten vier Jahren nicht nur vier Jahre verloren haben, sondern dann wird das alles wahrscheinlich immer drastischer verschärft. Dann geht es hier Richtung Social Credit System. Wenn ihr das nicht wollt, dann ist jetzt vielleicht sogar die Schicksalswahl überhaupt. Deshalb ist das die wichtigste Wahl seit 1933. . Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020